Hallo miteinander, hier kommt ein Home Training Video für das Thema Passing. Es gibt verschiedene Übungen, es fängt an mit einige einfache Warm-up-Übungen, Forehand, Backhand, wirklich sehr einfach. Aber das ist auch so, Skiltraining bedeutet auch, dass du diese einfache Basic-Skills immer weiterentwickeln musst. Und weil es ist auch so, wenn man anschaut, die besten Sportler des Welt, das verdienen Millionen jedes Jahr. Diese arbeiten auch immer auf diese einfache Sache, so dass sie probieren, eine höhere und höhere Qualität zu haben. Und du brauchst einfach einen Stock, einen Ball und eine Wand oder ein Benkel oder so, dann kannst du das allein zu Hause trainieren. Das ist unsere Idee. Wir haben dieses Video zusammen mit U23-Nazi-Spieler Joshua schnell gemacht. Viel Glück und blieb gesund. Ciao. – – – Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020